So, liebe Leute, da sind wir wieder mit Dark Souls. Der letzte Part, ja, ich musste gerade eben eine kurze Pause machen, weil es hat mich schon ein bisschen frustriert, so. Ach, Moment, ich ziehe jetzt wieder den anderen Ring an, damit ich mich wieder wie ein Luftikus bewegen kann. Oh, du Scheißvieh, willst du mich verarschen? So, Seelen sind natürlich auch weg, das ist kein Problem. Noch sind sie nicht ganz weg, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal an sie rankommen werde. Oh, ihr Scheiß-Skelette, ne? Oh, 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 oh. Oh, ja, da bräuchte ich jetzt ein bisschen mehr Ausdauer, dann könnte ich mich auch weiter bewegen. Also, besser, ne? Und weil so halt... Oh, dieser Necromancer, der müsste eigentlich sterben. Und eigentlich müsste ich den aufsuchen und ihn töten. Weil diese blöden Skelette, die nerven mich gerade hart. Oh! Ist ja nicht schlimm genug, dass die da sind. Oh, was, du bist wieder da? Oh, Mann! Oh, Gott, was soll denn dieses Spiel? Wieso verarscht es mich so hart? Oh, ja! Ist okay. Ich such den Necromancer im nächsten Mal, wenn ich sterben sollte. Ja. Pfff! Tschüss, Seelen! Tschüss! Oh, wieso habe ich dieses Projekt überhaupt angefangen? Ehrlich mal. Oh, das ist gerade ein bisschen frustrierend. Mich ernervt das. Das ist echt hart frustrierend. Weißt du, das Spiel verarscht mich aufs Übelste. Erst ist er nicht da, dann ist er da und dann keine Ahnung, wo der ist. Und dann holt er sich einen runter und... Oh, Mann! Ich such diesen scheiß Necromancer jetzt. Fuck, egal. Wo ist du, Bitch? Komm her. Wo ist der? Falsche Richtung. Ich hasse das Spiel. Irgendwann wäre es wieder gestorben, ey. Könnt ihr nicht einmal überleben, ihr behinderten Monster? So, der ist... Da unten ist der. Aber wie komme ich denn da hin, ohne zu sterben? Okay, Seelen habe ich eh nicht mehr. Fuck it. Pah! Lächerlich! Deathcounter! Geh nach oben! Ja, schön. Das Video kann ich voll klatschen mit Deathcounter, ey. Zweimal gestorben schon. Fucking Pater hat erst mal angefangen und schon zweimal abgenippelt. Ich lebe meinen Job. Halt die Fresse. Oh, ja. Schön. Das sind vorne meine Nullseelen. Cool. Wow. Awesome. So, du Bitch. So, jetzt seid ihr am Arsch. Was gibst du mir? Schädellaterne. Oh, das ist cool. Oh, ich liebe das Spiel. So, das einmal kurz drehen. Oh, ich habe eine Schädellaterne bekommen. Wie awesome ist das denn? Äh, wo... Wofür... Wofür ich sie... Das ist echt runtergefunden. Wofür ich sie brauchen werde, werde ich dir später sehen. Ist da vorne noch einer? Ich glaube schon. Dann ab zu dem Necromancer. Ne, das ist nur... Oh no! Oh mei! Bekomme ich Seelen? Ja. Also, Necromancer tot. Schild rot-weiß. Schönes Schild. Ja, vorsichtig. Ich weiß schon, wieso ich hier vorsichtig entlang laufe. So. Gehen wir dann das... Gehen wir das dann doch... Ja! Fuck this game. Bioshock Infinite. Ja. Ist ein cooles Spiel. Also, bestimmt ein cooles Spiel. Mit der Bioshock-Szene kenne ich mich ja. Bin ich ja nicht so vertraut. Äh, wenn ihr Bioshock cool findet, könnt ihr das gerne auch unten in die Kommentare mal schreiben. Welcher Teil, der bis jetzt denn euch gefallen hat. Okay, wenn ihr den dritten noch nicht gezockt habt, dann ist das Pech. Ähm, ich weiß nicht. Ich kann mich mit Bioshock nicht so anfreunden. Das ist halt so... Ach, guck mal hier. Die Wand ist auch wie jetzt weg. Ähm, Bioshock ist nicht so meins. Ganz ehrlich, ich mag das nicht so sehr. Ich weiß nicht. Es ist zwar cool, es hat einen kleinen Horrorfaktor. Aber so im Großen und Ganzen... Ähm... Ne, ich mag das irgendwie nicht so. I don't know why. So. Das muss ich... Genau hierhin. Geh nochmal hierhin. Eine grüne Scherbe. So. Den Sprung sollte ich eigentlich überleben. So. Na, da vorne ist auch Vamos. Ach, endlich. Ich hoffe, man sieht etwas. Der macht uns nämlich einen Weg frei. Ah, der ist ziemlich cool. Er ist zwar ein bisschen unfreundlich jetzt so, von wegen wir sollen abhauen. Aber... The fuck? Äh, aber das ist auch verständlich, weil... Ich meine... Hier unten ist es ziemlich gefährlich. Er will uns wahrscheinlich nur beschützen oder so. Ähm... Es ist, wenn ich... Ich muss mich wirklich entschuldigen bei euch. Äh... Das Ganze war einfach, als ich dachte. Ich muss einfach nur den Necromancer töten. Und dann kann ich das Skelett auch... Äh... Problemlos bekämpfen. Aber ich, Idiot, will natürlich nach vorne pirschen und... Geh alles ein wenig zu vorellig an. Und... Ähm... Was brauche ich denn? Schwert des Grabwürstens? Da brauche ich Dämon-Titanit. Oh, da habe ich gar nichts von. Äh... Wo ist mein Zweihänder? Ist der oben? Aber wobei... Die Zweihänder brauche ich doch jetzt eigentlich nicht, oder? Ich meine, ich habe das Schwert. Und das ist auch ziemlich gut. Das ist sehr gut sogar. Äh... Eins nach oben wäre natürlich ein bisschen besser, aber... Moment, Gegenstand kaufen. Was hat denn der so? Heimkehrknochen, kleine Scherbe... Und Pfeile. Ja, Pfeile werde ich mir jetzt zulegen. Davon, äh... Brauche ich... Einiges. Ähm... Kleine. Kleine Reichen. Da werde ich mir jetzt auch nicht allzu viele... Gönnen, weil so viel Seelen haben wir ja nun auch wieder nicht. 100. Wir müssten reichen. Ähm... Ja, ja. Schön. Gut, Vamos. Äh... Wir sehen uns, äh... Wieder. Weil... Ich, ähm... Werde zurückkommen. So. Hier ist dieser Weg frei, den ich meinte, den Vamos für uns, äh... Freigeschaufelt hat. Also frei geschlagen hat, gehämmert. Wie auch immer. Ähm... Hier sind die Pinwheels. Die Pinwheels werde ich jetzt versuchen, mal ein bisschen einzeln anzulocken. So, die sind schon ein bisschen aggro geworden. Damit ich den schwarzen Ritter, äh... Mich ihm stellen kann, problemlos. Ah... Ihr seht, die sind auch mit... Mit einem Schlag down. Es ist einfach nur... Huch, ich dachte, da wäre schon wieder einer. Es ist einfach nur dieses... Äh... Dass die einfach hart nerven. Ihr seht... Übertrieben. Aber ansonsten sind die kein Problem. Es ist einfach nur... Dass die fucking viel Damage machen und nervig sind. So, da oben ist der... Schwarze Ritter. Der ist noch nicht aggro auf uns geworden. Moment. Wenn ich jetzt hier Pfeil und Bogen ausrüste... Kann ich mich dann immer noch... Jawohl. Wie wechseln... Oh Gott, ich muss mit der Steuerung klarkommen. Mah! Dummes Rad. So, da sind noch welche. Die werde ich jetzt auch mal erledigen. Weil wer weiß, äh... In was für einem... Bereich ich mich aufhalten wäre gegen... Den schwarzen Ritter. 200. Wow. Ist ordentlich was. So. Blöde Pinwheels. Ach, da ist noch einer. Ja, ja, ja. Schön für dich. Ihr seht, das ist alles ziemlich easy hier. Ich glaube... Die Dinger sind jetzt aggro geworden. Ach. Hä? Ich kann die gar nicht treffen. Und der schwarze Ritter auch noch. Okay. So, jetzt... Mein Ring. Nein! So. Jetzt kannst du kommen. Und ich hoffe mal, wir kriegen seine Axt. Denn seine Axt ist fucking immer geil. Da kommst du runter wenigstens. Oh, bist du bescheuert? Hallo? Ritter? Also oben sind auch noch Skelette, ey. Moment. Oh, ein Skelett ist runter. Komm. Ah. So. Die anderen wollen irgendwie nicht. Aber die Dinger sind jetzt hier. Boom. Ach was, die Skelette? Oh, ne. Oh, das ist nicht euer Scheiß. Ernst jetzt. Oh, fuck it. Sehr schön. Für solche Fälle bräuchte man eine göttliche Waffe. Ach, shit. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist diese blöden Skelette jetzt auch noch hier. Moment. Vielleicht kann ich sie abschütteln. Bei Wamos. Huch. Alles voll hier. So, jetzt hier werde ich sie töten. Und dann mal abhauen. Vielleicht folgen sie mir dann nicht mehr. Geschweige denn, folgen die mir jetzt noch? Ja. Komm, 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 Skelett. Komm, komm, komm. Ich würde gerne beide auf einmal haben. Hä? Wo ist denn das zweite jetzt? Bescheuertes Skelett, ey. Ach, nach oben komm ich auch nicht zu dir. Ach, der ist jetzt da hinten. Alles klar. Agro ist auf mich noch nicht. Oh, das ist hier. Das ist wirklich. Dieses Wiederbeleben ist einfach so öde und so nervig. Na, kommt ihr. So, jetzt nichts wie weg. Denn da vorne ist auch schon der schwarze Ritter. Ach, du hast ja eine super Arena hier ausgesucht. Ach, klasse. Brav gemacht, schwarzer. Ich gucke nicht mal vor. Ja, was? Oh, jetzt sind auch die noch da. Oh, Mann. Oh, das ist so nervig. Oh, fuck. So ein beschissenes Spiel. Ich suche jetzt den letzten Necromancer. Ja, das ist echt scheiße. Das ist... Ach, Leute, ne? Das ist so fucking frustrierend. Okay, irgendwo ist hier der Necromancer. Weil die Pistenhelken wieder zum Leben erweckt werden. Irgendwo ist er. Oh, mein Gott. Nee, hier kann das... Ich... Hier... Nein. Der muss irgendwo oben sein. Der muss irgendwo oben sein. Der kann gar nicht hier sein. Nee, jetzt ist schlecht. Jetzt ist es sehr schlecht. So, nichts wie weg von hier. Ich versuche jetzt ein bisschen ruhiger zu bleiben. Wieso aufregen? Hey, ist doch nur ein Spiel. Ein beschissenes Spiel. So. Geht's hier irgendwo hin? Nein. Der muss irgendwo hier sein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, dieses Game. Das macht mich fertig. Oh, der ist macht mich wirklich fertig. Oh, irgendwas ist gestorben. Jetzt nach oben. Und hier hin. Und was ist hier? Hier ist gar nichts. Schön. In die Falle gelaufen. Meine Fresse. So, der... Von dem kriege ich keine Seelen. Also belebt er sich wieder. Aber ich frage mich, wo der letzte Necromancer ist. Das ist gerade ein bisschen wirklich so... Hui. Oh. 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 Das ist ein bisschen verwirrend so. Ist der vielleicht dort? Nein. Darunter gehe ich zu Wamos. Äh. Oh, ja. Schön. Das doch. Dich habe ich ja vermisst. Dich habe ich ja vermisst. Schnucki. So, hier ist auch nichts. Oh, meine Fresse. Hm. Ah. Oh Gott. Oh, dieses Spiel, ne? Wohin? Ich hasse es hier. Oh. 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 Ich kriege keine Seelen. Also lebt er noch. Ja. Er lebt noch. Er lebt noch. Dieses scheiße Skelett. Er lebt noch. Uiuiui. Ich glaube, zu wissen, wo er ist. Aber. Nein. Ich kann das nicht. Ich renne jetzt einfach mal dorthin, ey. Ohne Scheiß. War ich hier schon? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich war hier schon. Hier. Hier müsste er, glaube ich, sein. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Skelett. Ach, ich werde von allen Seiten hier beschossen. Auch schön. So, da unten. Ach. Oh. Das ist so heftig nervig, ne? Ah, ja. Schön. So, stirbt er? Nein. Oh. Oh, Mann. Wo ist denn der? Ey, ich crafte mir gleich ne, ne. Craften so ein. Ich schmiede mir gleich so ne göttliche fucking Waffe, ey. Ohne Scheiß. Wo ist denn der? Der letzte Fucker. Ich hasse diese Necromancer. Ganz ehrlich. Oh, Mann. Ich hasse diese... Oh, jetzt kommen die ganzen lebendigen, wiederauferstehenden Fucker, Motherfuckers hier. Ich fluche jetzt, was das Zeug hält. Mir egal. Ich gehe einfach zurück, wieder. Vielleicht auf gut Glück finde ich ihn ja da irgendwo. Autsch. Das ist heftiger als ein Labyrinth. Das ist echt heftiger als ein Labyrinth. Ohne Scheiß. Oh, du Bitch. Oh, du Bitch. Oh, du Bitch. Oh. Oh, dieses Spiel. Oh, das war ein Fehler. Oh, mein Gott. Oh. Trink. Oh, eine Falle. Klasse. Oh. Nein. Das werde ich nicht überleben. Ich hab's überlebt. Au. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. oh mein gott stirbt doch einfach ist mein lagerfeuer ich muss dahinten mir scheißegal mir scheißegal mir scheißegal mir scheißegal mir scheißegal schätzer mir scheißegal ich habe mich bei dem paar zu krass aufgeregt ich habe sowieso jetzt beschlossen hier in katz zu machen ich werde mich mal informieren wo der wo der letzte necromancer ist sondern gucken wir mal weiter ich habe gerade wirklich ein miss ein motivations bruch bei mir weil gerade habe ich wirklich gar keinen bock auf das game mal gucken vielleicht nehme ich weiter auf vielleicht auch nicht tut mir leid falls es euch irgendwie stört oder so ein bisschen so zickig pissig spielt das spiel einfach spielt ist und ihr werdet merken wie toll es ist mit diesen worten verabschiede ich mich bis zum nächsten mal euer logo